Hoho, das ist, das wird so spannend, ob ich den Teich treffe. So Leute, dann packe ich jetzt hier meine Werbung rein. Okay, achso. Ähm, okay. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich will gerne warten, bis noch einer von denen weg ist, oder? Kannst du auch machen. Okay, jetzt geht einer. Hey Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Minekraft, Bad Wars mit mir und natürlich dem Flo. Yay! Voll die geplante Aufnahme, starten gerade, so F5. Ach, die Map, Geilo. Geilo? Ach, das ist Vulcano. Das ist nicht Vulcano. Doch, hä? Ich hab gelesen, Vulcano. Egal, die Map finde ich geil. Wir haben jetzt, wie ihr wisst, schon seit längerem nicht mehr so aktiv gespielt, Bad Wars. Seit dem Update hier meine ich. Ja, aber danach haben wir halt noch zwei, drei Runden gespielt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ja, und deswegen haben wir hier eben auf den meisten Maps noch keine Rekorde. Die werden wir jetzt machen. Genau. Deswegen können wir auf dieser Map auch noch nicht, äh, doch ist Vulcano, das ist in der Mitte, ist ein Vulcano, Schlaukopf. Hey. Komm, bau, 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 bau. Oh, ich muss mich auf Skype beschäftigt machen. Oh, ich zum Glück nicht. Außer, nee, du hörst den Ton nicht, ne? Nee, solltest du jedenfalls nicht. Oh, nee, nee, mach nicht. Bau, 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 schneller. Oh, Bronze. Ja, und ein Silber. Oh, ich kann mir ein Schwert gönnen. Oh, oh. Ich hab schon ein Schwert. Ja, komm, bau. Ja, es ist keiner da, der baut. Ja, ich kauf Blöcke. Alter, was schreiben die denn da? Oh, schnell, Flo. Neue Blöcke. Also, schon mal gleich. Ja, der eine hat da die ganze Zeit. Ja, egal, deswegen müssen wir jetzt arbeiten. Das ist quasi zwei gegen vier. Neckt da die, ah, jetzt ist er weg. Er hat da nämlich die scheiße... I need new Bronx, äh, Blöcke. Ja, ich kann mal. Ach, sieh, 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 sieh. Scheiße, die anderen sind schon da. Ja, du bist ein bisschen spät, ne? Du, äh, du, äh, bist wieder ein bisschen spät, Flo. Du kommst immer zu spät. Genau wie in der Schule. Du bist echt kein... Alter, ich hab einen 5-minütigen Schulweg. Da komm ich wohl nicht zu spät. Doch. Du kommst immer zu spät. Wieso hab ich mein Schwert nicht ausgewählt? Weil du denkst... Ja, der ist schon voll Rüstung. Aber ich hab ihn gekombot. Ich hab auch voll Rüstung. Und ein anderer ist dazugekommen und wir haben ihn gekillt. Ich hab auch volle Rüstung. Will ich nur mal so nebenbei haben. Ich geh jetzt direkt rushen, Freundchen. Oder tue ich gerade dasselbe. Hey, hier sind 3 Gold in der Kiste, Flo. Renn zurück nach Hause. Ja, ich hab auch 2 Gold. Und keep that, okay? Ja, ja, mach ich. Ich kauf mir einen Bogen. Ja, und... Achso. Boah, Alter, ich wär fast hier runtergelegen. Dad, du... Wir sind Team Gelb, ne? Ja. Wir brauchen eine Ender-Chest in der Mitte. Das wär cool. Ja, erstmal brauch ich was zu. Boah, Alter. Gerade das Battle des Todes. Auf ein... Äh, und bau das Bett vielleicht mal zu. Ja, sonst wird's sorgen. Ja, wenn du die Zeit dazu hast, mein ich natürlich nur. Boah, boah. Bist du da runtergezogen? Oh mein Gott. Nee, nee, noch nicht. Fuck. Aber jetzt sind 2 mit dem Schwerter und ich bin tot. Okay, dann müssen wir... Okay, jetzt müssen wir wieder richtig machen. Ähm, hast du zufällig 3 Gold? Nee, nur 2. Egal, 2 nehme ich auch schon mal. Ja, oder wollen wir jetzt Ender-Chest? Ja, ich... Ich kaufe einen Ender-Chest. Achso, ja, du musst auch noch eine kaufen. Eine? Eine, ja. Ich hab die andere. Oh, fuck. Blau holt sich die Mitte. Ich stell die hier hin, ne? Ja, ist in Ordnung. Flo, ähm... Wenn du Bock hast. Was? Ähm... Na gut, ich ran einfach hinter ihm, ne? Komm, mach mit mir zufällig. Der hat einen Bogen, woher? Ich bin tot. Ich bin tot. Pass auf, Blau kommt. Ey, Torben, ich kann dir eine Kettenbrust geben, aber... Nee, nee, ich geh jetzt Kiste placen. Achso, du hast die noch nicht geplacet. Hä, ich bin gestorben. Ja, ich dachte, du hättest das geschafft. Guck dir mal an, wie Blau da belagert. Achso, die sind ja im Mittel. Ja, die sind ja im Mittel. Hier. Das sind die Styler vom Dienst. Das ist der mit dem Bogen, ne? Komm schon, lass mich durch. Team Chess geplantet. Jawoll. Aua. Aua, ich bin tot. Egal, Team Chess ist geplantet. So, sehr gut. Jetzt kümmert sich Torben ums Bettchen. Ja, mach ich auch. Nein, ich mach halt jetzt. Ich mach das. Ah, nee, ich hab keine Ender-Blöcke. Dann mach ich's doch nicht. Ich defle mit meinem... Kiss. Oh, Papa, oh. Oh, fuck. Bin wieder runtergefallen. Ey, weißt du was? Ich bin voll toll. Und, ähm... Ich bin zur Doppel-Wendeltreppe hoch zu gehen. Nee, das... Echt. Oh, einfach nur zu das Spiel verlassen. So ein Penner. Warum verlässt man... Warum verlässt man das Spiel? Ich verstehe solche Leute nicht. Fühlen sich die ganz besonders doll, wenn die sowas machen? Unser Bett war auf jeden Fall gut eingebaut. War nicht. Richtig. Und ich hab viel zu wenig Blöcke und kann den ganzen Weg wieder runter... Ach, weißt du was? Ich werf die Kiste... Ach, hier ist Wasser. Na dann. Na dann. Oh, schon fünf... Schönes... Silber für Kisten. Guck mal, wie ich mich um unseren Bett kümmer, verdammte... Nein, nein, nein! Alter. Bist doch nicht... Was ist denn mit dir? Du weißt du dir... Ich bin von da oben, von dem Spawner runtergesprungen. Von dem Spawner? Ja. Was für ein Spawner? Wo die Ressourcen rauskommen. Achso, ja und? Ja und? Ja und ich wollte eigentlich in den Teich springen, aber war zu blöd dafür. Beziehungsweise es war eine zu hohe Reichweite... Blockentfernung. Ja. Ja, das ist nicht so geil gewesen, Flo. Du brauchst mal einen Cheap essen. Nein! Dann hör ohne zu kauen, dann lutsch ihn. Was? Das hört sich mega schlimm an, wenn du frisst. Ja, auch kurz. Ja, wirklich. So, das Bett ist jetzt schon mal etwas eingebaut. Ist nicht so spitze. Und? Alles okay? Ja, perfekt. Das war sehr gut, Flo. Boom! Kannst halt um, Udi. So, jetzt können wir noch Endblöckis. Baut damit nochmal hier die Treppe zu. So, genau. Und jetzt nochmal mit Endblöcken den Eingang, äh mit Kisten den Eingang zubauen. Ey, man hat voll das Gefühl, es gibt nur noch Blau und uns. Ja, ist echt so. Und ich kümmere mich gerade gar nicht um das, was andere Sachen machen. So. So. Zwei. Zwei. Dann vier. Und hier noch zwei. Ah, jetzt haben wir zwei Kisten. Perfekt. So, Flo, unser Bett ist erstmal so gesichert, dass nicht jeder da dran kommt. Wenn du, Alter, hör mal auf, irgendwas die ganze Zeit rumzuschlagen oder so. Ja, irgendwann, du machst ihn ja so. So, das ist das Mikro, wenn ich das verstelle, damit du meinen Kauen nicht hörst. Ja, dann mute es so lange. Leg dir einen Hotkey bei TS und dann... Nö, da wird zu kompliziert. Alter, Junge, echt, leg dir einen Hotkey. Ja, Moment, ich hab gerade mein Kinn juckt. Wenn du, wenn du, ich hab auch einen Hotkey bei TS. Ja, Moment. Dann muss ich halt mal gucken. Ja, in den Einstellungen. Wo bist du? Ich bin auf dem Baum. Einstellungsassistent. Was? Auf dem Baum? Auf dem Baum. Ja. Wo? Zur Hölle. Fuck! Was? Da kommt jemand. Ja, du kleiner... Ha! Das hast du dir so gedacht, ne? Aber nicht mit dem Torben. Ich bin wieder auf meinen Baum. Der so getan hat, als wäre er am Villager. Aber in Wirklichkeit war er gar nicht am Villager. Das war ein Genieplan von mir, ne? So, ich werde dir jetzt mal meine Taktik anführen. Ich wäre fast jetzt nichts gefallen, da war doch ein Baum. So, genau, du wolltest mir dann auch erzählen, was für eine Taktik ist. Genau, das erzähle ich dir, wenn die anfängt. Arschloch. Du musst mir aber jetzt noch den Hotkey. Wie setze ich den denn? Einstellungen, irgendwie... Option vielleicht? Ja, Option, Einstellungen, irgendwie... Hotkeys. Genau, und dann Mikrofion... 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 Status schalten, schaltet er sich dann auch direkt an? Weiß ich nicht. Ich hab den noch nie benutzt, weil ich noch nie gegessen hab während der Aufnahme. So. War das alles eine Spitzhacke gebraucht, der Herr noch. Der Herr hat mal wieder die große... Ah, da kommt einer, Flo! Was? Pass auf! Wow, und ich wär fast ertrunken. Ich hab doch gesagt, dass ich... Jetzt, geh doch tot! Das kann doch nicht sein! Ja! Gut. Wusstest du es doch, dass ich ihn teste? Äh, ich probier das einmal aus gleich. Äh, sag mir dann, ob ich gemutet bin, ich singe dann mal oder so und zwar. Ja, okay. Da kommt er da! Da kommt er da! Okay, sehr gut. Der hat zu Eiserschönen. So, ich mach jetzt mal den Taktik. Flo, du musst jetzt aufpassen. Jetzt soll nicht außen rum bauen. Nein. Du baust dich jetzt ganz lange hoch gegen den Baum. Nee. Ich hab schon mir direkt einen Weg ausgesucht, wo ich nicht gegen den Baum baue. Als ob. Ja, echt? Das, 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 ne, das glaub ich dir nicht. Ich hoffe, du hast genügend Essen dabei. Ich hoffe, ich hab genug Blöcke dabei. Hör auf mich abzuschießen. Guck das, wenn du so hoch bist. Ja, dann sehen die mich nicht, warte. Ach, und dann springst du in den Teich. Ach, das ist auf dem Map noch einfacher gemeint. Nein, ich hab ein Spinnenweben dabei. Das ist mega geile Taktik. Weißt du, ich spring runter und setz das Spinnenweben. Das funktioniert nicht immer, aber oft. Boah, das ist genial. Weil, das kann man bei Campern richtig gut. Haha, der will mich mit seinem Fein abschießen, aber er kommt nicht so hoch. So, ich werde mich jetzt... Ach so, ja, okay, das kannst du machen. Ich werde, pass auf, der Blaue ist da auf dem Weg, ne? Also, noch an deren, noch an deren Base, aber... So, auf der Map ist das natürlich genial, weil hier ist ein Teich. Loll, pass auf, Flo! Da kommt einer! Da kommt einer zu uns! Fuck, ich bin hier gefangen. Ah, nee, ich kann ja... Von, von, äh, Weg, beim Drachen. Bei, bei dem Spawner, von den Items, haben die sich lang gebaut. Der kommt jetzt. Fuck. Hast du den Weg? Ja, aber ich weiß nicht, warum... Ja, der... Komm, kletter... Bau dich mit Blöcken einfach hoch. Weißt du was? Das kann ich auch. Obwohl... Aber du baust dich jetzt zu blau. Ja, mach ich jetzt. Damit die nicht mehr die Mitte so locker halten. Weil, die machen uns gerade, glaube ich, am meisten Konkurrenz, ne? Weil der eine steht da. Ja, der eine wird da getötet. Bau den Weg einfach ein bisschen ab, oder, äh... Mach ein TNT-Schafter, denn das randt dann ja hoffentlich zu dem. Ja, ich kann mir das aber jetzt leider nicht kaufen. Achso. Weißt du? Aua. Der Turm ist natürlich nur minimal auffällig, aber macht ja nichts. So hoch guckt man normalerweise nie im Leben. Gar keine so mit Toptik. Deswegen kann ich mich locker easy zu denen, äh... Ich kann mir ein Eisenschwert holen. Weil deswegen kann ich mich locker easy zu denen bauen, die ganz gegenüber von uns sind. Weil die sehen auch nicht mehr unseren Turm. Und blau scheint es gerade auch nicht zu kümmern, dass ich quasi direkt über deren Base bin. Die denken sich wahrscheinlich, ach, der kommt hier eh nicht runter. Weil die rennen gerade noch mal schön in die Mülle und so, ein bisschen... Oder die sehen es einfach nicht und sind deswegen richtig dumm. Okay, ich meine, wir haben es nicht gesehen, dass die sich da hinten lang getragen, außer eben durch meine Taktik, was natürlich auch ein Vorteil dieser Taktik ist. I'm back. Ach, du warst weg? Ja, ich hatte kurz gemutet. Achso. Boah, alter Flo, ich bin direkt über deren Base. Da ist nur noch einer und der ist gerade am Villager... Ne, da sind zwei, okay. Das wird so spannend, ob ich den Teich treffe. So, Leute, dann packe ich jetzt hier meine Werbung rein. Achso. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich will gerne warten, bis noch einer von denen weg ist, oder? Kannst du auch machen. Okay, jetzt geht einer. Teich getroffen? Fuck! Was, fuck? Wie, fuck? Und das fragst du? Ach, nee! Das ist das blaue Bett, ich habe die zerstört gerade! Ich habe die genutzt, Flo! Nice! Die Taktik ist genial! Scheiße, aber der Rote ist da auch. Oh mein Gott, guck dir den Weg an, den ich da gebaut habe. Oh, episch. Jetzt kommen sie, ne? Ja, guck mal, ich packe meinen Bogen aus, Freunde. Ich probiere es. Ja, geil, dann schick die auch noch drauf. Ähm, aber du musst mal aufpassen kurz, der Rote ist bei uns, Junge. Hä, ich bin nicht bei euch! Achso, hä, wurdest du nicht getötet? Ich bin bei blau... Nein, ich habe überlebt. Ah, geil! Ich habe einen von denen getötet. Die haben jetzt den Weg zum Roten. Ich habe einen von denen getötet und jetzt versuche ich gerade, die anderen zwei zu töten noch. Also es sind noch drei da, aber zwei versuche ich zu... Boah, Leute, wenn die Taktik nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht. Ich werde mich gleich wieder da hoch mit Leitern machen und dann werde ich mich zu... Pass auf, einer kommt! Einer von blau kommt zu uns! Flo! Ja, ich kann da leider nichts machen. Was? Wie, du kannst nichts machen? Geh zu unserer Base! Ja, ich bin doch da. Achso, ja, dann töte ich den. Ja, ich hoffe, ich kriege den Yes. Sehr gut, dann ist der jetzt vernichtet worden, ne? Mhm. Richtig. Was? Oh, Leute! Ich habe den Roten die ganze Zeit gesucht. Ich habe dir das ja gesagt. Ja, dann geh doch zu seinem Bett, das ist doch logisch, Flo. Ja, keine Ahnung, ob das logisch ist. Hä, na sicher, der will zum Bett, das soll... Ja, ich habe ihn ja gesucht, aber der hat sich da hinten lang gebaut. Hä, das habe ich dir doch gesagt. Hast du nicht gesagt, dass der... Sicher, ich habe doch gesagt zum Gerachen. Nein, ich hatte ihn da ja schon runtergehauen, aber der stand dann hinterm Haus versteckt. Und da habe ich ihn nicht gesehen. So, Blau ist jetzt tot. Ich mache jetzt wieder meine Taktik. Ja. Versuch mal rot auszuschalten. Boah, weißt du was? Damit das nicht bei uns machbar ist. Okay, bringt zwar eh nicht mehr viel, aber... Ich baue trotzdem den See zu. Ja, macht... Warum? Keine Ahnung. Ja, ja, eben. Habe ich ja auch gesagt. Ach, scheiße. Ich habe ihn dann nicht gefunden. Mann, das hätte so eine coole Runde werden können. Ja, ich habe ihn dann nicht gefunden. Ja, Yolo gewinnen wir jetzt auch noch. Aber ich habe ihn dann nicht gefunden und dann dachte ich, der wäre irgendwie ein bisschen weggegangen oder sonst was. Boah, auf der Taktik ist... Weil ich ihn ja gesehen habe. Normalerweise geht man dann zum Bett, ne? Ja, keine Ahnung. Das machen so die meisten. Ich bin einer, der das weiß. Wir könnten jetzt auch theoretisch über den Weg, den die gebaut haben, versuchen wir rot zu raschen. Nein, 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 nein. Äh, lol, wir können die Mitte nehmen und da baut sich gerade rota hin. Ja, dann nimm die Mitte. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Ja, scheiße, der rota hat die jetzt. Lol, rota hat da auch so einen hohen Weg. Ja, aber nicht so hoch wie wir. Nein, nein. Wir haben den höchsten der Wege gewählt. So, ähm. Ging es nicht, oder? Doch, doch. So meinte ich das nicht, mein Freund. Okay, ähm, ich werde jetzt... Hast du da schon Leitern dran gebaut überall? Der rote ist tot. Äh, nicht überall. Achso, okay, dann hol ich mal Leitern. Und natürlich neue Blöcke, ganz viele Blöcke brauche ich. Wo ist hier unsere Teamkiste? Ähm, guck nach, steht da drin. Yellow sind wir. Weiß ich nicht. In der Mitte, ganz nah in der Mitte. Ja, ich dachte, du hättest die geplant, hätte ich die einfach abbauen. Nee, ganz nah in der Mitte. Okay, jetzt können wir... Jetzt hat nur noch Green im Bett. Okay, dann baue ich mich zu Green. Da steht nämlich nur eine von Rot. Nee. Ganz in der Mitte, Flo. Direkt neben dem Spawner quasi. Ey, da steht nur eine von Rot. Kann nicht sein. Habe ich gerade noch Sachen reingetan? Äh, dann kann man die abbauen. Weil ich habe da gerade noch Sachen reingetan. Jo, kann man. Ja. So. Aber Moment noch. So, jetzt haben wir eine von Yellow. Ich schicke dir Leitern da rein. Äh, nee, ich habe schon genug. Ich bin schon wieder oben. Okay. So, die Frage ist, welches Team ist Green? Komplett gegenüber von uns? Okay. Komplett gegenüber. Das ist gut. Lol, der gelbe ist... Oder? Moment. Ähm. Ja, müsste. Ja. Gut. Ja. Es ist... Okay. So. Ich habe jetzt bis oben hin Leitern gemacht. Genau. Jetzt. Rot. Oh mein Gott, das ist so episch hoch hier. Ich mag hohe Sachen. So. Flo? Achso, okay. Okay, okay. Lol, grün ernährt sich nur von ihrer Base. Und jetzt wahrscheinlich auch... Ernährt sich? Ja, sorry. Ja, deswegen werden die richtig überrascht sein, wenn ich auf einmal deren Bett kaputt mache. Willst du auch mitkommen? Oh, ne, die sind sogar auch teils in roter Base. Die sind in roter Base auch jetzt. Ja, sicher. Flo, willst du auch mitkommen? Ne, ich def hier. Es wäre aber besser, wenn du auch noch mitkommst. Dann könnten wir den vernichten. Oh. Komm, geh eben hoch. Ja, sicher? Ja, echt. Hundertprozentig. Okay. Weil, wenn die dann gerade nur einen in ihrer Base haben. Leute, ich habe folgendes Achievement erhalten, Bauarbeiter. Ach ja, stimmt. Unser Bett kann ja eh nicht gerusht werden. Ne, ne, deswegen. Guck, geiler Vorteil, habe ich da alles gut gemacht. Ja, perfekt. Pass auf, dass du oben nicht runterfällst, wenn du... Oh, jasso. Ich wollte mir eben noch den besten Bogen kaufen. Welchen? Ach, den habe ich auch schon. Den besten. Den hast du schon? Ja, habe ich gerade eben gekauft, als ich vom Blau kam. Okay, gut. Hätte ich dir jetzt einen Zweier mitgebracht. Kannst irgendwie einen Stärketrank dir noch kaufen, wenn... Ähm, soll ich noch Dings mitbringen? Kauf dir... Wenn du kannst, kauf dir noch einen Stärketrank. Okay. Ähm, der kostet aber sieben. Scheiße, habe ich nicht. Ja, dann kaufe mir ein Eisenschwert. Dir einen Eisensch... Ach, das heißt man nicht. Ne, der eine hat das rausgenommen. Das Gold. Wichsen. Hä? Oh, lol. Und dann hat der geläftet? Ne. Doch, der hat geläftet. Lol. Jetzt komm hier hoch schnell, Flo. Da ist gerade keiner. Komm schnell. Dann machen wir das so wie letztes Mal. Ähm, ich alleine. Ich habe aber keine Blöcke, ne? Ja, ich habe... Bin ich nicht? Sicher? Ja, ich bin da. Ach so, ich bin da. Alter, der Weg schreibt voll die Kurve. Guck mal, der baut... Ja, ich weiß. Guck mal, der baut... Da geht gerade einer zu blau. Der checkt auch wieder gar nicht. Ne, der will dich da wetten. Ressourcen abzocken oder so. Ja, ja, sicher. Aber der checkt auch wieder gar nichts. Ach so. Von unserer Gang. Der geht einfach direkt über den. Oh, Flo, da ist gerade gar keiner. Wirklich. Ja, ich versuche zu kommen. Ja, ich bin ja noch gar nicht fertig. Ähm, aber so gut wie jetzt. Nein! Nein, das... Du bist nicht runter... Alter, Flo. Da kam einer von unten und hat... Was? Du warst noch nicht... Das geht doch gar nicht. Doch! So hoch. Der ist direkt hinter mir gewesen. Der hat das gesehen. Ach so. Fuck. Pass auf, der könnte vielleicht kommen, ne? Ja, ich weiß. Ich bin ja jetzt so gut wie da. Dann baue ich schnell den Sehzeh, dann kommt er ja nicht mehr runter. Okay, ich bin unten. Fuck, ich kann hier keinen Block setzen. Lol, da ist einer in deren Base. Ja? Ja, aber der ist down. Oh. Ich sehe gerade, wie du in diesem Turm hochläufst. Ja. Aber ich bin eh wieder zu doof dafür. Ne, bin ich nicht. Lol, die haben das ja gar nicht zugebracht. So, also jetzt nochmal wiederholen. Weezubauen, ne? Was? Weezubauen. Ja, geht nicht. Kann ich nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung. Ach, weil da eine ist, oder was? Nein, weil da man kann mal... Ah, da oben, ich sehe den einen Typ. Doch, klar kannst du den. Nein, kann man nicht. Doch. Ah, doch, dann kann ich die da drüber setzen, ne? Okay. Alter, ist das weh. Oh, der kommt nämlich da gerade. Ja, ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Ja, ja, das schaffe ich. Ja, weil der ist so jeden Moment... Boah, lustig wäre es, wenn der schon im Sprung ist und du einfach dann den Weg zubaust. Den See. Ah, den See. Ja, gut. So, was macht der? Ja, der erspricht nicht. Ich schieße mal deren Spawnpunkt ein. Ne, der versucht auf dich runter zu snipern. Oh, jo, er hätte sogar fast getroffen. Du kannst ihn vielleicht treffen, aber wahrscheinlich eher... Ne, kann ich nicht. Ich weiß jetzt gleich, dass einer von denen hier wieder runterkommt. Also hier oben lang wahrscheinlich. Ne, guck, keiner. Wir können jetzt so gehen, jetzt hier runterschubsen. Stell dir mal vor, er hätte das gesehen und ich wäre hinter ihm gegangen. Der rennt zu den Weg lang und ich schieße ihn da einfach runter. Das wäre so toll. Ja, der läuft jetzt wieder zu uns. Ja, ich weiß, das habe ich schon... Das check ich schon. Und ich baue mich gleich nämlich da hoch. Ja? So, ja, jetzt hole ich mir erst mal Stärke-Tränke. So. Dann will ich dich jetzt. Stärke, Stärke, sehr gut. YOL, der einer hat sich in grünen Base... In deiner Base, guck mal, hier hat sich einer eingebaut. Hä, nein, den habe ich da eingebaut. Wieso tötest du den nicht? Hä, wie oft soll ich den denn töten? Der hat nichts mehr. Der ist AFK. Deren Bett ist zerstört. Oh! Halt die Fresse. So lustig wäre ich jetzt auch nicht. Doch. Wie kann man so flöten? Leute, die haben auch nur noch einen Spieler, Flo. Was? Die haben auch nur noch einen Spieler, oh man, ich schaff das sogar noch. Ach, und rot ist noch einer. Ja, das bin ich. Der hat sich einfach mal riesig weit hochgesteckt. Jetzt ernsthaft? Auf Wolkenhöhe. Jetzt ernsthaft? Ja. Wo denn? Ich weiß auch nicht, der ist mitten im Nichts am Ende der Arena. Der hat da anscheinend einen Weg hingebaut. Ja, ja, ich weiß, den hat er wieder abgebaut. Ja, wo ist denn der? Bei grün in der Nähe oder? Ich weiß es nicht, ich gehe erstmal zu dem. Ja, geil, jetzt habe ich mich equipped voll mit zwei Stärke tränken und so. Jetzt kann ich den einfach nicht benutzen, weil ich gegen keinen mehr im Nahkampf kämpfen werde. Aber ich vermute eher mal, dass der von Rot gekommen ist. Junge, was ist das für ein Weg? Ich bin ja auch PVPs, nur noch nicht. Flo, sag mir doch mal, wo der in der Nähe ist. Ja, das will ich ja gucken. Boah, Alter, mein Weg ist episch. Da ist der Weg und da ist ein Spieler. Ja, und wo ist, wo, ähm, wo? Der ist in der Nähe von Rot. Ich bin der ein, ach, es gibt noch einen Spieler von Gelb. Ne, ich bin Gelb. Der ist bei Rot. Der ist bei Rot. Nee, also dahinter. Ja, wo bin ich denn gerade? Bin ich bei Rot? Du bist, ähm, da, Achtung, da von dem Weg kommt der Grüne. Wenn du da hochgehst und, geh mal hoch. Ach so, hier. Ja, und da ist der Grüne in dieser Minibase. Ich seh's. Dass dich nur nicht runterschießen, dass du elf. Nee, nee, ich bleib hier, der kann kommen. Ja, der wird auch einen Bogen haben, der hat schon mal einen schwer. Ich versteck meinen Bogen, ich versteck meinen Bogen. Fuck, ich hab gar kein Eisenschwert, ich hab mir das gerade nicht gekauft. Ach ja, und ich könnte es dir ja auch nicht geben. Nee, deswegen, ich dachte, hm, wenn du mir das schon gibst, aber ich hab Stärke trägt. Oh, der schießt mir jetzt mit seinem geilen Teil. Ähm, so. Ah fuck, jetzt häng ich in den Block hier. Ich hab die Höhe, ich schlafe. Mann, wie gern ich die alle mal runterschießen. Der Rot hat da auch Pfand an der Welt, ne? Ah ja, ich seh, glaub ich, ne, wo, der ist in der Nähe von Rot. Ja, der ist hinter Rot. Der ist am Ende der Arena wirklich. Am letzten Punkt, weiter kann man nicht. Hä? Scheiß, ne Gravibombe! Ja, er hat sich seltsen... Ja, er hat sich wahrscheinlich gegen die Wand geworben. Ja, oh man. Oder er wollte einfach Suizid begehen. Boah, dieses Spiel macht mich gerade fertig. Ich kämpfe gegen gar keinen und gewinne die Runde trotzdem. Mein Gott, ne. So, hier runter. Na, ob du in anderthalb Runden die Dings noch gewinnt hast. Ja, sicher. So, du hast mir jetzt gesagt, dass... Aber wenn du den Weg weiter gehst, bist du auch bei Rot. Oder du gehst halt unten lang. Ich kaufe mir eben ein Eisenschwert. Okay. Ich meine, wenn man es hat, dann hat man es, ne? Und gar nicht, guck mal, ob das gerade hinter Rot ist. Dann hole ich mir noch Geschwindigkeitstränke. Ja, das... Loil. Der fliegt. Ah, ne, das ist der Leon F, der Spectator. Das ist aber gerade hinter Rot. What the fuck, Flo, ey. Jane B ist nun offline. Hallo, Jane B. Du warst da und hast meine Party-Requips nicht angenommen. Das merke ich mir. Das ist aber genau gerade hinter Rot. Also kannst du nicht verfehlen. Ich hab mir auch gut... Und der hat keine Crip. Oh, hier komm ich nicht lang. Ich muss da oben lang. Der hat keine Crip, nur ein Goldschwert. Nimm am besten einen Leiter mit. Und bau dich dann an seinem Turm... Fuck, hab ich nicht. Ne, ich baue einfach mit Blöcken hoch. Ja, aber dann könnte der runterspringen und dich runterschlagen. Hä, das soll er tun. Kann einer Leiter auch. Aber da kannst du dich noch retten nach unten hin. Ja, aber... Ja. Ich hab sogar Spinnennetze dabei, die kann ich im Notfall planten. Das wäre dann... Das wäre die Krönung dieser epischen Runde. Aber hier ist natürlich mit dem Teich... Also, die ist nicht ganz so episch gewesen, weil du eben gestorben bist. Ja, Mann. Sonst wäre es wirklich eine der besten Runden. Weil wir einfach mit so einer Taktik gespielt haben. Die ist aber echt geil. Ja. Jetzt muss ich ja gar nicht mehr daran denken, laut zu reden, weil du mich ja endlich mal lautgestellt hast. Das machen wir ab jetzt immer. Zumindest ich. Ja. Boah, das sieht einfach so episch aus, wie von dem Baum einfach so ein Riesenturm hochgeht. Und dann einfach diese Kurve, alter. Boah, und jetzt mach ich... Ach, da bin ich zusammen. Ja, jetzt mach ich ja schon einen Screenshot. Ja, ich bin die Kurve. Sieht richtig Hammer aus. Wenn du da einfach hochkletterst und dann siehst, lol, voll die geile Kurve. Also Screenshot hab ich gemacht fürs Thumbnail. Brückenbaum. Das mach ich ja sonst normalerweise immer im Nachhinein. Aber jetzt, wenn ich schon die Chance dazu hab, dann ist auch nicht die Metallheiste im Weg. Also gerade hinter Rot ist der Weg. Hab ich genug Blöcke. Hm, ich kaufe lieber noch. Ich gehe lieber nochmal shoppen. Nein, ne, den Sprung schaff ich, glaub ich, nicht in den Teich. Ui. Ich fall grad. Und Spectator können nicht sterben. Ich fall jetzt tausende Blöcke. Mach's barisch. Ja, und dann kannst du dich am Ende wieder zu mir teleporten. Genau. Boah, alter, hier liegt so viel Gold, ich kann das schon gar nicht mehr aufsammeln. Ich hätte gerne das... Oh, sechs Gold. Ja, da liegt so viel Gold, ich kann das gar nicht mehr aufsammeln. Ich merk schon, warum ich merk schon. Hat's wieder gut gelegt. So, Blöcke, Blöcke. So, okay. Nochmal Blöcke. Wieder in die Mitte noch für Gold. Hä? Okay, aber du brauchst nichts mehr. Ich brauch nichts mehr. So. Okay, Blöcke, nochmal Blöcke. Und jetzt hoch hier. Essen hab ich auch noch gebraucht. Alter, ey, der Roche. Ach komm, weißt du was? Ich glaub, der steht da jetzt auf gar. Just because ich kann. Ja gut, dass es nur einen Spectator gibt, sonst hättest du ihn nicht gefunden. Ja. Alter, wie hobbylos kann man sein. Ja, ohne Witz, das ist echt... Solche Leute, die haben es nicht verdient, Bad Wars zu spielen. Also deswegen Ghosten, ja, ja, ist jetzt Ghosten gewesen. Aber Leute, ohne Witz, wie hätte ich den sonst finden sollen? Sonst wär die Runde eine Stunde lang, anderthalb Stunden noch gegangen. Ich hätt den gesucht, ich hätt ihn nicht gefunden. So, Flo, guck mal, was ich in der Hand halte. Und jetzt guck mal, was ich mit ihm tue. Weil ich hatte gerade Hunger... Du hättest den runterschmeißen müssen. So voll trollig. Ähm, ich... ja. Weil ich hatte gerade Hungersorgen. So. Okay, dann bau ich einfach mal. Äh, Tom? Ja. Moment, Tom. So, jetzt sieht man mich sogar noch. In der F5-Ansicht, Flo. Äh, du bist bei der falschen... Dings. Wie, bei der falschen Dings? Ja, beim falschen... Nein, Spaß, bist genau richtig. Na, schreib ihm nicht, dass du weißt, wo der bist. Also der ist noch ein bisschen weiter nach rechts, aber das siehst du dann einfach, warum... Wo zur Hölle bist du? Jetzt hab ich mit XP. Kannst dich nicht ewig. Oh, Mann. Kriegt man im Stand ehrlich keinen Hunger, oder hat der Tausende... Achso, ich schreib die ganze Zeit... Oh, Mann. Nehmen wir überhaupt nicht. Wo bist du, schreib. Nein, kannst dich nicht ewig verstecken, einfach. Ups, schuldigung. Du entschuldige ich mich immer. Weil wenn ich kannst dich nicht ewig verstecken schreib, dann denke ich, dass er... Dann denkt er, dass ich denke, dass er irgendwo an der Base ist. Da seh ich schon irgendwas. Nö. Gut so. Naja, ich ran hier mal oben. Die Stege alle lang. Alle Sachen, die oben sind. Komm, eins wird es eins, Mitte. Arsch dich da eh. Noch steht er. Ey, Flo, du bist so ein Genie. Der verarscht mich. Ne, der portet sich jetzt zu seiner Base. Und rennt dann in die Mitte mit null Equip. Boah, das Trolligste wär, wenn die Roten jetzt noch ein Bett hätten und wir das nicht bemerken würden. Hä? Was wäre denn daran ein Trollig? Achso, dann würde er einfach in den Kampf gehen gegen mich und mich einfach runterboxen, oder was? Ja, zum Beispiel. Er würde ja respawnen und du bist am Arsch. Ah, ich seh seinen Turm, jawohl. Ja, er könnte dich jetzt auch... Ja, er sieht dich. Ja? Was tut er denn? Rumstehen. Der hat in einen Block hohen Turm. Noch nicht mal mit einer Plattform. Hat der noch Steine? Nö, er hat die ganze Zeit ein Goldschwert in der Hand. Aber der hat mich gesehen, oder was? Ja, aber er hat auch keine Rüstung, hat wahrscheinlich nur Goldschwert und Essen. Also er weiß jetzt nicht, was er tun soll, oder? Nö, aber er sieht dich. Also sag mir sofort, wenn der Bogen in der Hand hält. Ja, mach ich. So. Ich spreng. Warte! Nein! Nein! Bitte nicht! Der hat jetzt Rüstung. Bitte nicht. Tu es nicht. Auch eine Chessplate? Ja. Auf einmal... Vermutlich... Ja, für dich? Für dich besonders, ne? Wahrscheinlich besonders. Versuch ihn mal von Weitem zu treffen. Ey, das geht nicht von jetzt. Da muss ich schon... Oh klar, du brauchst nur ein bisschen Skills, so wie ich sag. Ja, da... Nee, die Reichweite geht nicht. Wie bitte? Oh, aber der war knapp. So weit war der gar nicht entfernt. Äh, nee. Der ist gesprungen. Nein! Ich muss meine Stärke trinken. Und mein Goldabfell... Oh. Drei, zwei... Oh, drei, zwei, eins. Ja. Okay, Leute. Das war's von der geilen Runde. Ich hoffe, hier lassen wir wieder eine positive Wertung da. Wie immer. Und, ähm... Ja, eigentlich hast du keinen GG verdient, muss ich dir sagen. Ja. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Solche Leute hasse ich übrigens, also macht das nie, wenn ihr mit mir spielt. Drei, zwei... Warum sag ich drei, zwei, eins? Ich bin so behindert. Und tschau, Leute. Tschau.